Die GWS ist im Bundesland Salzburg der größte Arbeitgeber für Menschen mit Beeinträchtigung und auch der größte integrative Betrieb Österreichs. Wir sind ein unglaublich vielfältiges und buntes Unternehmen. Von technischen Montageaufträgen über Textilveredelung bis hin zu Verpackungsaufträgen sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Für uns bedeutet Umweltbewusstsein nachhaltiges, verantwortungsvolles Unternehmertum etwas, das sich in allen Bereichen des Unternehmens abspielt. Wir haben beim Moment Service Salzburg angefragt und dadurch sind wir auch auf einen externen Berater verhiesen worden, mit dem wir jetzt sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Ein Großteil bei uns ist natürlich der Restmüll, ganz klar. Den konnten wir aber aufgrund dieser Beratung ganz gut reduzieren, vom Jahr 2016 auf 2017 um 14 Prozent. Weitere Fraktionen sind Karton und Papier natürlich aus der Verpackung heraus und Weißbleche, Metalle und Kunststoffe. Wir haben ein Flaggenblatt-System im Bürogebäude installiert, das wir heute zum Beispiel in den Restmüll, das in den schwarzen Tonnen entsorgt wird. Auch jeder Behälter ist beschriftet für Restmüll und Karton und Papier. Ich denke, eine gute Umweltstrategie und Nachhaltigkeitsstrategie ist so gut, wie sie in allen Köpfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verankert ist. Und es dauert und braucht Zeit und Raum. Aber es geht hier um jeden kleinen Schritt, den wir vorankommen. DERCEPT 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 Vielen Dank.